Der hat auch zu tun, ja der langweilt sich momentan, beziehungsweise kümmert sich ums aufräumen und Co. Wie war das denn? Ich hab doch... So, ich hab unseren Steinmetz und ich hab den Steinmetz. Unserer muss Level 3 werden, dann kann ich den zum Töpfer machen und dann kann der hier, wenn er auf Level 6 ist, unser Level 6 Steinmetz sein und gut ist. So, komm, vorspulen, aufräumen, Leute. Und ich geb meinem Menschen hier doch nochmal was zu tun. Oh, okay. Ma burp. Und ich bin hier. Oh, okay. Oh, okay. So, okay. So, ich bin schön. Was ist denn jetzt hier? Heilt der? Handelt er nicht? Das ist ein Schaf, was hier einfach draußen rumläuft. Meine Güte. Mich wundert, dass das diese Echsen nicht mehr spawnen. Ich könnte da eigentlich noch mal welche von gebrauchen, so blöd das klingt. Ich erreiche nie das Nettoeinkommen, was die haben wollen. Engineer Level 3. Warte mal, dann kann der doch jetzt... Ah, dann kann der die Dinger jetzt bauen. Ah, Exotic Animals, Exotic Animals. Nee, kann ich nichts mit anfangen. Ähm, was machen die Hasen da? Was zur Hölle machen die Hasen? Was geht denn jetzt? Wo laufen die hin? Was wollt ihr denn tun? Alter! Ihr habt alle Hunger, ich seh das, aber was... 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 was oder wen esst ihr denn jetzt? Hä? Hä? Okay. Da lagen Karotten aus und die laufen da hin, um sich die Karotten zu holen. Okay. Ich verstehe nichts mehr. Gut, weitermachen. Äh, Hühner, ja. Schafe, ja. Läuft immer noch eins frei rum, ist egal. Was auch nicht schlecht wäre, wäre ein Lagermonitor, der mir... also wenn ich da draufklicke, dass ich eine Lageransicht habe, von allen Truhen und Kisten und sonst was, die entsprechend eingefärbt sind. Ähm, blau ist unbenutzt, grün ist fast leer, gelb ist mittelmäßig und rot ist fast voll oder sowas. Keine Ahnung. Wäre super, ne? Gut, gucken wir mal, was wir noch platzieren können. Ah, da ist wieder was. Da ist wieder was, wogegen wir kämpfen können. Und das will ich gleich mal untersuchen hier. Bis wieder was. Mannstour Mannst Owens Mannst Moment. Okay, dann müssen meine Jungs und Mädels da hinten ein wenig flotter sein. Oh fuck, ein Geschütz ist kaputt. Lauf doch! Ich muss ja erstmal Bäume fällen gleich. Ah, da liegen zahnräder rum, okay. Ja, aber immer noch keine Echsen, ne? Ja, da liegen zahnräder rum. Ja, da liegen zahnräder rum. jetzt zu viele items oder was Wo sind denn Feinde? Wo sind denn Feinde? Alter sind die Hasen schon mit unterwegs was geht denn hier ab Die Hasen schon mit einem Schiff Aha, hier ist aber ganz schön was los, ey. Komischen Eis-Zombies. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Okay, dann habe ich das jetzt auch verstanden Okay, dann habe ich das jetzt auch verstanden So, was ist mit meinem, mit meinem Schmied? Noch nicht Level 6, das müssen wir ändern So, was ist mit meinem Schmied? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ach fuck, jetzt habe ich das gerade abgelehnt. Äh, ich habe es falsch gelesen. Okay, jetzt muss ich noch mal gucken, was hier was ist. Uh-huh, uh-huh. Okay, jetzt habe ich das hier. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.